Eine Kassette. Es handelt sich hier um das heißeste Dokument der deutschen Nachkriegsgeschichte. Eine Staatsaffäre. Wenn wir eine Kassette nicht wiederkriegen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ein Mädchen. Was ist das für eine Kassette? Nichts besonderes. Und zwei knallharte Bodyguards. Jetzt auf! Haben wir nicht gesagt, wie wir uns als Bodyguard als Sackel tun? Sagen Sie dem Typen, er soll irgendwelche Idioten hinschicken. Egal wen, egal wie teuer. Und ihr seid meine Bodyguards? Ja. Krass, oder? Was machen wir denn mit meiner Mutter? Also, entweder sind das tatsächlich die letzten Idioten. Oder die cleversten Profis, die ich je erlebt habe. Ich mache schon mal einen Enterhaken rüber. Frau Lust! Zurück bleiben, bitte! Was war denn das jetzt? Was machen die da bloß? Hey, Bunny! Hey, der hat wohl hergeschaut. Ja, der hat wohl hergeschaut. Ja, der hat wohl hergeschaut. Und wie ihr so eine schwule Kassette macht, so fettes Theater. Boah, krass! Erkan und Stefan. Krass im Kino. Gut, oder? Ja. Ja.